Äh, wir sind nicht verwandelt? Vielleicht müssen wir das auch nicht. Ich hab natürlich keine SP. Okay, ich glaub, jeder verwendet mal eben eine Runde, um sich SP einzuverleiben. Ich benutze das. Warum kann es immer mein Rund sein? Wie ist das? Es ist mein Rund. In der Tat. Ist das so fein erkannt. Stellen wir dich mal hier so hin, damit wir den Weg von Yellowheart ein bisschen blockieren. Oder so, besser. Vielleicht ist dieses Item effektiv. Das ist es! Okay, das wird nicht so viel Schaden machen, schätz' ich mal. Nö. Ey, langsam reicht's. Wie... Warum seid ihr denn dran? Blor ist paralysiert? Okay, ähm... Parallaxien einmal an Blor. Okay, machen wir euch zuerst weg. Ha! Got you! Got you! Hey! Impact Law! Mit euch? Why can it always be my turn? Die gefährlichste ist Yellowheart. Aber ich lass, ähm... Ich lass Neptune mal hier so stehen. Aber halt dich mal eben. Here! I can take care of this. So, was machen wir mit dir? Können wir dich irgendwie CC'n? Nee. Nee. Hauen wir einfach drauf. You! Take this! Be gone! Yellowheart muss weg, die kann paralysieren. Just die already! Damn! It doesn't work! Often take this! Ah! Just a moment! Okay. Vielleicht kriegen wir ein Skillziel ja auf. Die beiden hier. Still hitzfear! Why can it always be my turn? Oder sie sind CC-immun. Das geht natürlich auch. Beziehungsweise... Status-fick-immun. Chestbuster! Chestbuster! Yeah! This'll hurt! Not bad! Ow! That doesn't work! You! You! Take this! There! Just die already! Now, what to do? You're done! It's my turn. Still hitzfear. It doesn't work! Let's end this, quick! You're done! Now, what shall I do? I will skewer you all at once! Finally! Huh... 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 Let's do this! Neppy, look what I can do! This is kind of fun! Um, really? You stomp on it too, Neppy! Uh, uh, sure? Bye-bye! My best action now is... Bye-bye! Okay, ähm, hauen wir Neptun direkt noch so ein Ding rein? Warum eigentlich nicht? 600 brauchen wir nicht, 400. Oh. Well, that's gonna be sexy. Oh. Das war Schaden. Jetzt ist die Zeit, um das zu benutzen! Meine Turn! Okay. Wir hauen als nächstes am besten die Greenheart da hinten um. Das heißt... Ich werde dich in zwei! Meine beste Aktion jetzt ist... Da! Hier komme ich! Du! Weiter weg, du kommst! Das ist besser! Just die already! Why can it always be my turn? Wait a minute! Godbreak? Okay, 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 okay. Wann wir direkt noch... Pudu, du hast keine SP mehr. Ja... Neptun Blastformation Skill... Ja... Ja... Oh, stimmt, ja. So viele... Ja, viele X-Drives für Neptun! Und doch können wir nur Neptun Break benutzen. Egal, machen wir sie weg. Ich werde die Schaden verbrechen und das Spiel verbrechen! Ich werde die Schaden verbrechen und das Spiel verbrechen! Ich werde die Schaden verbrechen und das Spiel verbrechen! All right! Ein letzter Puss! Was? Zumindest... Zumindest hat sie nicht umgedreht. Ach so. Echt jetzt beide? Just a moment! Ha! Prepare yourself! Prepare your- The final blow! Let's end this quick! Got you! Ha! Ha! I'll flight you in two! I can take care of this. Möge Blanc ihre Rache bekommen. No use, begging for mercy! Heartbreak! Heartbreak! War das gerade über 17.000... What? What the fuck? War das gerade echt über 30.000 Schaden mit ein paar Treffern? Äh, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist gescriptet, dass Blanc mehr Schaden macht gegen Word. Da bin ich mir absolut sicher. Ja! This isn't anywhere close to my limit! Level up! It seems I leveled up! Level up! Yay! My level went up! Yay! I got stronger! Let's keep this up! Level up! Level up! Ooh! Level up! Wellauf! Ah! Okay! The only one and one is to attract one! Go to give you a party! Oh nein, ich komm nicht an. Wer ist mit dir? Ja! Green Block! Ja, was soll ich machen? Haben die euch alle verfehlt gerade? Nein, Blanc! You can do it! I believe in you! Oh, dammit. Echt jetzt? Warte mal. Woah! Come on! Come on, Hitbox! Fuck, jetzt einmal raus! Irgendeiner! Oh, come on! Ich muss jetzt echt eine Technik benutzen, wenn ich irgendwas machen will. Ah, come on. Ah, krieg's vielleicht hin, dass ich beide treffe? Nein. Da! Tja! Ja, geil! Green Blocks. Schon drei Stück. Excalibur. Ah, das mache ich auf Kamera. Ah, hier können noch ein paar Tetris drin sein. Ich glaub, euch muss ich eh killen für eine Quest, oder? Ja! What to do! Oi, 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 oi. Got you! Got you! Ha! No escape! Why can it always be my turn? Die Tetris-Dinger sind ja nicht so schlimm. Here you go! Hiya! 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 I'll hit it! It's all over! Still hit spear? Soll ich? Still hit spear! Oh, come on. A regrettable end. I guess this is thanks to everyone. Level up! My level went up. Level up! Alrighty, right. What? What was that? Ah, die Map ist ein wenig komplizierter aufgebaut. Aber ich glaube, es führt alles... Ich glaub, da hinten ist schon das Event. Ja, da hinten ist das Event. Da halten wir uns von fern. Zunächst einmal... Werden hier all die schönen Items gesammelt. Oh nein, hier ist ein fern. Surprise Attack! Success! Let's end this quick! Oh, sie stehen grad so schön in der Reihe. Wisst ihr was ist, wo du willst machen? It's my turn. Still hit spear. Geil. No one can surpass my beauty. Tiny outfit. Well, you look weird. The ambush was a success! Let's get this over with! There! Got you! Got you! There! No escape! Finally! Chest Buster! Hey! Nyah! Dieable! Easy peasy! My turn! My turn! There! Here I come! There! Just die already! Now, what shall I do? There! 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 Mandarin flap! My best action now is... Das ist so süß! Bonk! I guess this is thanks to everyone! Indulgence! Okay. Ah, können wir hier überspringen? Können wir! Aber wir gehen da gleich sowieso noch hin. Wobei, wir glaub' wir müssen da sogar überspringen, glaub! Was? Nö, müssen wir nicht. Da kommen wir da sowieso weiter. Haha! Was haben wir denn hier Schönes? Ein Teleporter. Items? No Items. It's your fault for being caught off guard! There! Ha! Ha! No escape! This is the end! Jump Buster! Hiya! Hey! Hiya! Just a moment! I will skewer you all at once! My best action now is... The CP we wish for... Oh, come on! You! 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 Here I come! So easy! Ouch! Just a moment! My turn! You! Be gone! Take this! Take this! Take this! Take this! And this! And this! Trap? Okay, was auch immer ich getan hab dafür? Wee! 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 No, 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 no! No, no, no! No, no, no! Die Events werde ich noch nicht trigger! King the Nip! King the Nip! King the Nip! Ich weiß nicht, ob ich euch töten muss, aber... Rounded an item! Are you kidding me? Vitalität geht runter, Schaden geht aber dafür hoch. Also generell die ganzen Resistenzen gehen ein bisschen runter, aber egal. Und, äh, was hat es hier mit auf sich? Mentalität geht hoch. Oh, ist das knuffig! Ist das knuffig! Ein Hammer! Okay... Ähm... Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Neptune, ist das deine Wahrheit? It's your fault for being caught off guard! Ähm... Natürlich ist die Reichweite nicht hoch genug. Echtress? Ha! There! There! No escape! I'll nip your face! Echtress? Das sind die Reichweite nicht hochgebekommen, aber... Ich bin gleich, natürlich geil, jetzt gegen die alle, aber... Nope. Echt? 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 Moment mal. Oh. Ich werde mein Bestes machen. Das war ein guter Weg, den Bordem zu erlösen. Ich glaube. Yay! Freize me! Gadart hat sie gelernt. Nice. Okay, ich will mal was ausprobieren. Weil... Moment. Es führt ja nur dahin. Weil mir fehlt... Wobei... Wenn ich jetzt die... Wo war das? Ich glaube es war Power Level Island, ne? Genau. Moment. Lass uns mal eben schnell rausgehen. Juhu. Juhu. Frage ist nur... Wo wird Power Level Island jetzt auf... Was ist das? Wieso ist hier ein Event? Was ist das? Train yourself with this. Ah, okay. Ähm... Megatöbel... Penguin... Äh, was? Es gibt einen oben und einen unten. Okay. Da laufen wir eben schnell durch. Da laufen wir eben schnell durch. Weil... Okay. Eben speichern. Weil es kann sein, dass wir hier etwas... Let's go! Fienten könnten, was uns helfen könnte. So, ich werde die Monster jetzt mal alle ignorieren. Kann es sein, dass wir in den anderen Dungeons diese Kisten gar nicht hatten? Und ich glaube in diesem... In diesem Spiel hatten wir so ein Level hier noch gar nicht, ne? So ne... So ne... Wasser... So ein Wasserfarb. Ooh! Looks neat! Drop Drop Not! Sagt mir doch das. Hat mir das nicht schon. Egal. Was haben wir hier? Found an Item! Okay. Es ist die End! Level 5! Nice! So, Schildkröte. Dann ist noch ein Item, was ich haben möchte. Hier geht's runter. Okay. Machen wir eben die Karte aufgedeckt hier. Damit wir gleich ein bisschen überlangen müssen. Okay. Äh... Die Monster werde ich vielleicht auf Kamera mal ein bisschen inklatschen. Damit ich weiß, was es hier so gibt und was nicht. Found an Item! Life Fragment. Das ist immer noch nicht das, was ich suche. Ich glaube auch, dass wir in dem Dungeon eigentlich rein müssen. Aber ich will noch nicht in das Event rein. Andererseits ist der Dungeon noch nicht vorbei. Let's meet! Es geht ja... Es geht ja ganz eindeutig in dem Dungeon noch weiter. Nein! Nein! If you want me, come and get me! Ei! Got you! Ei! Ei! No escape! Why can't it always be my turn? Hey! Chef Buster! Hey! This'll hurt! Es hat nicht gereicht. What a crystal. Na gut. Hier, die Kiste habe ich. Gut. Gehen wir hier mal in die Mitte rein. Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Einfahren wir mal nicht, ja super. Da laufe ich doch diesmal tatsächlich den richtigen Weg auf Anhieb. Seemöwen. Das hört sich nach Peachy-Waffen an. Boing, Kinga, boing, jump, Kinga, nap. Okay, dann, wo war jetzt der Gang nach unten? Den ersten großen Abweg rechts, okay. Dann mache ich alles hier schön off-camera. Aber ich will... Ich will nur überprüfen, ob wir vielleicht doch in das Event noch reingehen müssen, um den Plan zu erhalten, den ich haben will. Denn eine Sache fehlt uns, glaube ich, noch für das True End, wenn ich das richtig im Kopf habe. Eine Kleinigkeit fehlt uns. Hm. Ooh, looks neat. Ich bezweifle gerade mal, dass... Ja. Ja. Ha, ha, ha. Alles klar. Alles klar. Wenn ich es nicht schon gewusst hätte, dann... Ooh, looks neat. Dann wäre ich jetzt ein klein wenig verwirrt gewesen. Kinga, boing, boing. Kinga, jump. Kinga, jump. Holy Snap. Kinga, jump. Ich habe auf 아닌 Einkaufel bet Comeskaufel. Ich habe es schon recipiert. Maybe this is already what I was looking for. Ich werde es gleich überprüfen. Moment. Zuerst machen wir diesen Dungeon hier leer. Looten und leveln. Beziehungsweise hier nur looten. Wir machen diesen Dungeon hier leer, bis nichts mehr übrig ist. Nichts mehr. Ein Jackbutton. Glowgrass. Gehen wir erst hier lang. Holen uns hier Kiste, welche hier ist. Dann holen wir uns da noch die Items. Okay, level 5 blau. Ich finde es schade, dass man bei den Dinger nicht sehen kann, was die Effekte jetzt sind. Das muss man alles auswendig kennen. Oder manuell nachlesen. Aha. Aha. Dann gibt mir noch das. Aha. Und dann gibt mir hier nichts mehr, weil hier nichts mehr ist. Okay. Dann. Waren wir überall. Ja. Dann. Gucken wir uns doch mal dieses Event hier an. Und schauen mal nach, ob es das ist, was ich gesucht habe. Taps, 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 taps. Das Event war hier unten, ne? Ja. Oh, das ist noch ein Item. Wie kann ich das übersehen? Uh, looks neat. Wahrscheinlich warst du im Weg. Ah, das war knapp. Oh, das war knapp. Nichts, was übrig geblieben ist. Es ist einfach ein riesiges, äh, zerstörtes Feld. Ah. Wow. Du bist immer noch am Leben. Unglaublich. Du hattest immer noch so viel Kraft übrig, hm? Ah, sagst du dir etwas? Weg, alle. Ich kann dich nicht hören. Benutz deine Worte. Es ist weg. Alles. Oh ja, es ist alles weg. Es ist ein totales Wasteland. Ein totales Brachland. Power. Nation. Leute. Alles. Alles ist. Was? Bereust du etwa jetzt? Du hast das alles getan, weil du es wolltest, nicht wahr? Es ist alles weg. Hätte ich, hätte ich doch nur. Naja, vielleicht war das ein Fehler in Art, ähm, vielleicht habe ich eine falsche Wahl getroffen. Ne, warte mal. Maybe this was is a election mistake. Achso. Ah. Ah. Vielleicht war es ein Auswahlfehler. Ich habe keine Ahnung, wer dafür, wer dafür sorgt, dass die Leute ausgewählt werden. Ist deine Persönlichkeit zurück, also zurückgetreten, so wie wir uns damals kennengelernt haben? Wegen mir. Wegen meiner Kraft. Wegen CPU. Ja, wegen einer CPU. Ich hätte nicht kommen dürfen. Es war nicht nötig. CPUs sollten nicht. CPUs sollten nicht. CPUs sollten nicht. Okay. Ich glaube, das war genau das, was ich noch sehen musste und sollte. Ich glaube, das war jetzt wirklich die letzte Erinnerung von Ray. Und so kam es, dass sie CPUs anfing zu hassen. Interessant. Das ist alles die Ultra Dimension Ray. Nur nochmal zur Erinnerung. Nicht die aus unserer Hyper Dimension. Das ist alles die Ultra Dimension Ray. Was es mit der Hyper Dimension Ray auf sich hat? Weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir da noch was zu hören. Okay. Ich habe die, glaube ich, nie benutzt. Wie viele habe ich? 29. Brauchst hier. Okay, das war genau das, was ich sehen wollte. Das heißt, wir können jetzt theoretisch mit dem anderen Dungeon weitermachen und die Story beenden. Glaube ich. Vorher werde ich natürlich noch ein wenig farmen. Mal gucken, wie viele ich noch so hinbekomme. Weil ich will natürlich. Das heißt natürlich. Aber ich will so viele Sachen noch freischalten, wie ich kann. Da muss ich den für abmurksen. Ansonsten habe ich alles außer das hier. Na, da brauche ich auch noch Amazing Jelly für. Aber zum Beispiel die Waffen hätte ich gerne noch alle. Können wir die jetzt mittlerweile holen? Nein. Napped Animal kann ich sogar herstellen. Na dann. Das kann ich herstellen. Dreadnought kann ich noch nicht herstellen. Da muss ich die Mega Turtle auf Power Level Island. Aber das kann ich machen. Blaze Claws weiß ich, wo ich die herkriege. Und hier fehlt mir absolut alles. Okay, von dem Pinguin auf Power Level Island kriege ich das. Na gut. Vielleicht mache ich die noch. Aber prüfen wir doch mal eben. Wir hatten einen Hammer für dich. Ist der besser? Oh mein Gott, ist der besser. Dann hatten wir noch ein Napped Animal. Oh. Look at it. Look at it. Man kann ja unter den Rohr gucken. Also, den Stofftier. Leider nicht auf dem neuesten Stand. Was haben wir da eigentlich gerade drin? Ach ja. Und was hatten wir noch? Hatten wir sonst noch was? Ah ja. Ein Beam Cutter. Aber das ist schon lange outdated. Okay. Ich mache jetzt auf Camera noch ein paar Sachen. Und dann machen wir nächstes Mal eiskalt mit den Events hier weiter. Ähm, ja. Bis denn. Baba.